Hallo zusammen und zurück zur neuen Folge von Terrace Land. So, wir waren jetzt hier stehen geblieben mit der Schluch, da sind wir ja mit unseren Reittieren hingeflogen. Und ja, jetzt müssen wir mit Lauen sprechen. Das machen wir doch. Bist du bereit, mit mir die düstere Höhle zu betreten und den Minaturen zu helfen, Lösungen für die Krise um den schwarzen Turm zu finden? Euch ist auch die Markierung auf dem schwarzen Turm aufgefallen, oder? Es scheint, dass der Turm alles verflucht hat. Ich muss ihn zerstören, bevor das toxische Gas meinen Stamm erreicht. Wärt ihr beide mit mir die düstere Höhle betreten und uns helfen, einen Ausweg aus der Krise um den schwarzen Turm zu finden? Okay. Düstere Höhle, tippe auf Navigation, um die düstere Höhle zu betreten. Okay. Äh, muss ich da jetzt einfach, oder? Wo muss ich draufdrücken? Ach, da glittet was. Hm? Was war denn das? Sammeln? Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Tippe auf Navigation, um die düstere Höhle zu betreten. Und wo ist Navigation? Rucksack. Oder doch da vorne. Hm. Okay. Ich hoffe, ich hab's richtig gemacht. Oh, da gibt's Spinnen drinne. Okay. Aua. Die Spinnen-Baisen? Die Spinnen-Baisen? Okay. Okay. Da ist irgendwas Grünes. Kommt das von... Oh. Wartest du auf mich? Also noch ein paar Spinnen. Die erledigen wir noch alle hier. So. Chief? Sieh? Oh, was ist er? Der steckt dahinter? All of this, to think the Chief led their own people into the Abyss. Hypocrite! You've tarnished the glory of the Ancast tribe. Hypocrite? I've spent my life guarding the Onvash, fighting off more invasions and saving more lives than I can remember. But what did they do to repay me? When my son was attacked, they let him die. I watched them get overrun by the enemy. They are all hypocrites. They didn't even hesitate to get my son killed. So Lorne can be the next Chief. That is disgusting. That's disgusting. Ugh. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know! My food's better. The Lord has been chosen by his majesty. He will serve for other purposes. Oh, wer ist das da? Hm, einen neuen Kampfstil? Ich muss ein bisschen weiter mit der Kamera, dass ich sehen kann, wie weit sie ist. Meine Mama ist... Wuh, 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 wuh! Meine Energie lässt auch ein bisschen nach da oben. Sie ist ganz schön mächtig. Oh, oh, oh. Oh, wo kommen wir wieder heil raus? Ich muss mal weiter ein bisschen weg, ich lasse ein bisschen... Ah, was ist besiegt? Sieht so aus. Chieftain. Ich bin nicht mehr so weit, dass ich ein Chieftain bezeichne bin. Es ist eine lange, unkastige Zukunft. so wie in your my sins are mine to bear but Moon he did nothing wrong please save him oh you have my word man sich dann aber schon traurig, muss ich sagen düstere Höhle öffne die Tür und tippe zum Verlassen auf Navigation ja man hätte vorhin wahrscheinlich auch einfach da drauf klicken können das ist damit wahrscheinlich gemeint gewesen ah ok so trifft dich mit Lorn danke für die Hilfe es hat gut geklappt hier ist deine Belohnung Lorn holt den beschrifteten Stein des Ankerstammes hervor ich kann sein volles Potential nicht ausschöpfen aber in deinen Händen könnte er Terus Land retten ja danke obwohl ich wieder Priester noch Prophet bin habe ich eine starke Ahnung dass Terus Land vor einer gewaltigen Verwandlung steht und du hast den Schlüssel zu dieser Veränderung zögere nicht und nimm den Stein ich habe gehört dass etwas Wunderbares passiert ist als du ihn das letzte Mal berührt hast vielleicht habe ich dieses Mal das Privileg dabei zu sein ja hast du benutze schnell den beschrifteten Stein die Träume und der Ruhm der leuchtenden Stadt in rot verfärbt sprich mit Lorn ja ist das ein göttliches Wunder du bist Tiffany keine gewöhnliche Person die Träume und der Ruhm der leuchtenden Stadt den rot verfärbt der beschriftete Stein scheint dich zu warnen ich denke mit der leuchtenden Stadt mit der leuchtenden Stadt ist Silberstadt gemeint bezüglich der anderen Informationen habe ich keine Ahnung aber die Sternlicht Akademie in Silberstadt genießt seit langem den Ruf die besten Gelehrten der Welt zusammenzubringen möglicherweise hältst du von ihnen Antworten brich nicht sofort auf es wird noch einige Zeit dauern bis das Schiff in Silberstadt anliegt Blue Moon wohin du auch gehst du wirst immer unser Freund sein und der Enkelstamm wird dich stets willkommen heißen und danke öffne den Rufladen um ein Nashorn zu kaufen Rufladen ich kann ein Nashorn kaufen Bodenreit hier es verfügt über eine große Ausdauer und Temperament ist jedoch sanft zu seinem Besitzer Funktion Bodenreit hier Nashorn nice ich bin bereit hier diese in der Anker Schlucht leben der Kreatur sind sanft und zahm verfügen aber über große Ausdauer sie sind unersetzliche begleitete Tartarianer und wie kann ich Mareike jetzt ausrüsten ah damit nice wo habe ich denn jetzt gedrückt nee sollte schon mal aufsteigen so dann gehen wir jetzt mal zum Hafen da lang bisschen nice aber ab hier machen wir denn nächste Folge weiter beim Hafen ich reite nur schon mal komplett hin und ähm dann bin ich gespannt was uns auf dem Schiff erwartet blauen wartet auf jeden Fall okay wir können wieder absteigen das weiß ich noch nicht so wirklich okay einfach irgendwas drücken okay so aber das war's jetzt für diese Folge und ähm dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bis dahin macht euch einen schönen Tag tschüss